Willkommen zurück bei Dead Rising 3. Hier ist Alpha Robo und wir spielen weiter die Single-Kampagne. Und wir haben immer noch dieses super Dildo-Ding hier. Bam. Gedildoet. Alter Schwede. Das ist schon leicht... leicht... Nein, nein, nein. So, jetzt schauen wir ihn mal auf die Karte, wir haben All You Can Eat und dann so auf Missionen. Ich sage, machen wir den. Geil, warte ich jetzt aber. Ups, das war falsch. Da war ich auf Steam. Ich wollte hier, wir müssen weiter die Straße runter und können dann... Alles klar. Das ist eine Barrikade. Was ist denn hier? Ich schluss. Ich möchte ein Auto. Auto? Was ist das da? Das ist ein kapottes. Wir müssen aber hier lang, oder? Ja, wir müssen hier lang. Na gut. Da ist ein Auto. Wunderbar. Ich habe eigentlich gar nicht den Weg um zu Fuß zu latschen. Vor allem ist es eigentlich viel zu gefährlich. Genau. Ups. Da sind wir ein bisschen am Düften. Da sind die Politisten. Uiuiuiui. Uiuiui. Ne, ne, ne. Zum Glück sind das nicht meine Autos, die ich hier fahre. Das hat mich ärgern. Hehehehe. So, hier dann. Wir... Ach, wo können... Von da... So... Hier... 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 Na gut, was kommt mir jetzt drauf, was ist das? Ich gehe niemals auf, nie! Hey, look at Dildo's. Dildo, Power, Power. Hups. Tut mir leid. Ich dachte, du willst doch ein Dildo haben. Ich kriege den Dildo, der Kort. Gut, wenn du was sagst. Du kannst stärker ein Carry. Carry in my way with gold. Und voll auf die Feuerwehrmänner. Hups. Ich rufe eigentlich gar nicht so lang, aber... Na gut. Eigentlich rufe ich hier lang. Ich glaube, hier vorne ist nicht hier vorne die Werkstatt. Ja, hier vorne ist die Werkstatt. Da kann man direkt ein geiles Auto holen. Ist doch auch gut. Ach, komm einfach mit, meine Güte. Wie stellst du dich denn so an? Und wir nehmen uns... ...und so... ...nein, nehmen uns... ...und so... ...und so... ...so... ...und so ein paar Rechnen. Du kannst mir das Carry da... ...oder... ...und so... ...und so er ist drin und wir können nicht los. und ach, das war für so rauszusuchen wir müssen dann fahren wir die kleinen Seitengäste lang so ein Fahrboot, dass wir hier fahren können und dann sind jetzt bei jedem Kills und jetzt deswegen mach ich das auch nicht dann sind wir jetzt so, bis dann mit der Killzone das ist auch ein bisschen die XP jetzt liegen also der der Killzähler steigt und steigt und steigt und aber das sollte eigentlich reichen ich will ja schließlich hier den Auftrag machen ja wir sind super aus mit unserem schön bittchen outfit hier drin gibt's Essen warum so leise? Zombies? schlimmer Autsch ja ja, kuck uns unter den Ruck wer zum Teufel ist das? ach du ach du heilige scheiße dieses Spiel hat echt guck das ist doch echt genug für alle da guckste dir an wegen hier ist Afrika am verhungern ich will Kohlenhydrate ich hatte Teller was willst du mit den ganzen Tellern? du hast doch eh mit den Händen sie können das nicht alles essen das wollen wir sehen alter Schwede Ley alter Schwede leg weg 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 von meinem Essen Ihr dürren Kerle meint, ihr könnt einfach nehmen, was ihr wollt. Was? Das fällt auf einem Silbertablett. Himmel, er hatte doch nur Hunger. Ich habe auch Arschloch. Sie hatten schon mehr als genug. Nimm es. Du Misch. Deine Mutter ist fett! Dildo Power! Alter Schwede! Was ist das für eine kranke Scheiße? Was ist das für eine kranke Scheiße? Ist das gut jetzt? Au! 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 Warte! Alter Schwede! Warte, muss ich gleich daumen! Und bam! Gehen wir wieder stylisch lang mit unserer Dildo Maschine! Alter, die ist ja noch fettig geworden plötzlich, oder wie? Der war auch so gar nicht aufgefallen! Oh mein Gott! Oh, total aufgeflägt! Ach der Scheiße! 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 Das ist die Donut und plötzlich! End! Merox! Neeeeeein! Nein! 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 Alter Schwede! Nein! Ja! Ja! Nein! Das ist echt krass. Das ist echt krass. Da haben wir mal einen Screenshot für Steam. Ach, haben wir sogar noch einen Achievement vorgeschaut? Ja, ich hab jetzt mal inzwischen das... Was steht da? Kann man so werden wie dir, oder wat? Und dann... Ach du Scheiße, wir kotzen. Du machst mir ja Spaß. Die Tür ist auf. Ja, die haben jetzt aufgebrochen. Die haben was tolles. Hähnchen, ne? Und Pizza und so. Aber irgendwie ein Bauplan oder so ist hier nicht... Man kann sogar nur auf der Scheiße ausrutschen. Echt? Ach du Scheiße. Neue Zombies. Ich weiß nicht, wie sind die hier drin? Na gut, was ist da ja noch was? Schau mal eben. Ne, nur ein Ausgang. Die Tür ist auf. Okay. Ich hab so ein Mädchen dieses Geld geöffnet. Lass uns mal ausrutschen. Ich find's lustig. Aber okay. Na gut, das war jetzt nicht geplant, aber... Alles klar. So, wir schnappen uns wieder unser Fahrzeug hier. Und verkraften erstmal das, was wir jetzt grad nie gesehen haben. So, und damit würde ich sagen, machen wir erstmal wieder Schluss. Und sehen uns im nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao.